hallo meine lieben freunde und willkommen zurück zu trialsfusion mit pipa und parda wir starten oh die panda ich hab den panda jetzt genommen war da auch nein ich hab verarscht ich habe auch die peter dachte parda nimmt das ding jetzt hätte ich vielleicht eine chance mehr gehabt ist die panda ja ja das ist so total destruction extreme terror ja ich glaube auf jeden fall von dem gleichen typ ja fing doch mit bbc an oder irgendwie so was das war eine extremstrecke das war extrem junge das ist doch mal schon mal ein schöner anfang jeder schaffte strecke du musst parda auch einen schönen spruch raus los komm wir sind sogar piepern wie ich das was habe ich gesagt ja ja aber gedacht alter geil was du aber geil ich kann das pferd nur nehmen aber ich auch guck mal kriegst du auch noch eine gelegenheit er kommt bei ihm die dinge auf früher als bei uns oder was der hat scheinbar an der erste host er sieht das theoretisch eher wie dem ist das mit der katze mit dem scheiß revolver das ist kein revolver das sind die die gell aber als welchem spiel ist das disco ich meine diese dass die 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 katze mit der die keine ahnung hoch Das sieht so dumm aus, wenn man crasht, weil ich sag, es sieht generell dumm aus. Ah, jetzt mutz doch mal nicht rum, das ist witzig. Ah, ficken! Mit dir oder was? Ja, mit mir. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Das stimmt mit dir gar nix, Alter. Du brauchst du jetzt erst nach über vier Jahren, die wir jetzt sind. Scheiße, Alter. Hä? Bitte nicht crashen, dummes Pferd. Nee, nicht crashen, Mann, du bist so scheiße. Miau! Die blöde Katze. Nee! Oh Gott. Ein Stück Beefy, Alter. Oh Gott, mir brennt der Arsch. Was? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ey, wie weit? Muss man eigentlich ganz nach oben fahren, oder? Nein, musst du nicht. Okay. Oh, was ist das denn für eine behinderte Scheiße hier? Ey, ich krieg dich, ich krieg dich sprünglich hin. Tut mir leid. Pader, du bist deine kleine Fotze, weißt du das? Nein, ich bin auch nicht frisch. Haha, na! Miau! Eine geile Strecke, muss man wirklich sagen. Man kann aber bis da ganz oben fahren, was wesentlich mehr Sinn macht, ne? Alter! Mir brennt der Arsch! Alter, wie geil! Du bist so ein Arschloch, Pader, Mann! Pader, Mann, Arschloch! Arschloch, Pader, Mann! Arschloch, Pader! Pader, du bist so ein Drecksack! Warum denn? Wir haben mich verarscht! Nee, wir müssen bis da gerade nach oben fahren! Ja, ich bin aber auch erst da in der Mitte hingeblieben. Alter, das ist schon witzig hier. Das erinnert mich so ein bisschen an God of War. Äh, jetzt? Am dritten Teil. Du, 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 du! Miau! Piroliu! Oh ja, schon ein bisschen, wo man so die Tarn hochklettert. Hä? Ja, genau, das meine ich. Hoch! Crash! Crash, Crash, Crashity Crash! Wo man Gaia hochklettert. Äh, genau! Und dann oben Poseidon und die Fresse poliert, Mann. Ey, Leute, es geht ja am Ende nicht weiter. Ja, Map kaputt, ne? Hast du gut gemacht. Miau! Warte, wie das Pferd abgeht, bitte! Hä? Hä? Mami? Geht hier nicht weiter. Jetzt geht's. Bitte? Ja, mach ruhig noch ein paar Fehler. Ne, wie soll das hier weitergehen? Ich versteh's nicht. Und jetzt? Crash! Oh, Pader hat kaputt gemacht. Oh, das ist ja richtig mies, ey. Wahrscheinlich mit Schmackes, oder? Muss man weiter. Hä? Hä? Ich geh von alleine runter. Was soll ich da machen? Hui! Hast du's da rausgefunden? Loll. Hä? Er geht sofort runter. Okay. Ich hab keine Chance, da drauf zu kommen. Nee, so auch nicht. Abschwung. Mää! Äh, ja, das sieht gut aus. Okay. Vielleicht geht das wirklich nur mit Absprung oder so. Wie mit Absprung. Hä, wie mit Absprung. Ja, das war ein Absprung, aber das haben wir ja nicht eingestellt. Geht's das egal? Ne. Bam. Ja, da hinten ist aber auch kein Ziel, ne? Was... Was ist das zu bedeuten? Warte mal. Mysteriös. Ne, da unten geht's auch nicht lang. Baa. Die Katze, Aldo. Ne, da unten war ich auch schon, da geht's auch nicht lang. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ja, müssen wir mal abbrechen, die Strecke Hoch Soll, ein Parler hat es kaputt gemacht Ich habe aber gewonnen, ne? Ich habe die wenigsten Fehler Das halten wir jetzt mal bitte fest Also mit Absprung schaffe ich es ein Ziel Ja, aber es ist kein Ziel Zumindest hat es euch ja irgendwie nichts Zieltechnisches an Hoch Warte Na, klatsch die Katze vor die Wand, ey Ja, Arno, du hast hier schön viel runtergeladen Wo bin ich denn hier bitte? Jetzt wollen Arno und einmal die Strecken auswählen Ich bin unter der Map Ja, da war ich auch gerade Ja, komm Arno, kriege ich ab Ja, mach erst so zwei Fehler, Arni Bitte Ist egal, wir kriegen alle ein DNF Mir egal, ich will es einfach nur fürs Ego haben Nein Verdammt, du bist echt gemein, Alter Hauptsache Schwerf kippt einfach zur Seite um Wie dumm war das denn, bitte? Ich habe es nicht gecheckt Lieber Mapersteller, was war das hier? Ja Scheiße war das Scheiße Das gibt ein Dislike, Alter Ein big Dislike Die wurde auch schon corrected, die Strecke Corrected, Alter Okay Ohlalol Oh Gott Hoch Ja, ich auch Habe ich auch davon verleiten lassen Dachte Huch Alter Finde Scheiße Warte, geht er weg Jo Danke Ach komm, ey Ist er denn da Ja, ey Lutschkopf Ach, scheiße Ach, scheiße Juhu Alter Was zum? Ui Nice, erstmal Erstmal crashen Wieder crashen Ach, Junge Was ist denn dein scheiß fucking Problem, ey Ach, Junge, was ist denn dein scheiß fucking Problem, ey Ach, Junge, was ist denn dein scheiß fucking Problem, ey Aber wenn das dann irgendwie so ein bisschen scheiße ist, dann ist das scheiße, ne? Okay, da unten geht's nicht lang Komm schon, reiß dich zusammen, du Idiot Ach, scheiße Ich komm da nicht hoch, ey Du kommst da nicht hoch, aber der Pieper schafft das im ersten Anlauf, das wäre mir jetzt an deiner Stelle peinlich, ey Oho Komm weg hier Nein Wiii Dann ist er nicht hoch Ah, ich wollte es, erst wollte ich es versuchen, das habe ich es riskiert, vorwärts heute zu machen Ah Ich würde mich freuen, wenn ein paar Zuschauer uns vielleicht ein paar Strecken empfehlen würden Ja Ich mich nicht Ich empfehle mir ein paar Strecken für das nächste Mal Du? Ja Du bist ganz auch Zuschauer Ja, okay Yes Ich empfehle dir einfache Strecken Alter, mit dem Bunnyhop kommst du aber gar nicht rüber, was soll denn die Scheiße? Ah fuck, ich denke jedes Mal, dass wir ein anderes Ding da schon krass sind Ja, das habe ich auch gedacht Hä? Du verlierst so viel Schwung, wenn du auf das zweite Ding kommst Nee Du musst das einmal machen Ja Denn einmal habe ich es auch ohne Problem direkt geschafft, aber Schön Alter, da bist du verarschen Komm schon Nee, vorbei Junge Ficken Bin in dieses Fusionsding da reingesprungen, fand ich auch ganz geil FUSION Den out of ten or do it again Den out of ten or do it again Oh, Chromosome Die Strecke ist schon wieder von dem, der hat sich schon wieder so beschrieben Ach, das ist für dich ein Indiz dafür? Ja Der hat Buchstaben genommen, das bestimmt der gleiche, der alle anderen Strecken davor auch gemacht hat Alter, was ist das? Alter, cool Ich bin in deiner Mama, Pieper Ich muss nicht Oh Gott, wie sind die Checkpoints hier Ich sehe die Checkpoints gar nicht Oh ja, komm Wie soll ich denn den machen? Was ist das für ein Sprung? Kann ich ja vergessen Oh, diese Musik Du, 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 du Ich träg ja hier am Rad Du, 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 du Halt die Fresse jetzt Du, 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 du Fick dich Boah, ey, ich komme einfach nie über den Start hinweg, ne? Boah Wuuu Yes Ich finde es ja schön, dass es mal lustige Strecken gibt, aber Du bist keine Hure, Alter Warte, Gamer ist online Du, 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 du Das hat meinen, dass du irgendwie auf dem Trip wäre oder so, oder? Ich bin auch auf dem Trip, Alter Ich bin das Spiel einfach noch Schön, schön, schön Gut Läuft doch Läuft, komm mal weiter Ja, dieser Hurensohn muss wieder alles kaputt machen, ne? Ah, FIFA Ja, das ist dieser Hurensohn, Alter, der macht einfach Du hast doch schon die Figur gewechselt, Alter, das kann doch nicht sein Na, ich konnte die alten Klamotten noch nie mehr sehen, dann lache ich an der Figur, ne? Ach, komm, Fick dich, du, Alter Ich bin am Arsch gestern, du Hurensohn in Hölle Dreckstück Scheiße Du, 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 du Oh, die sind Musik, ne? Ich muss, ich muss gerade einen umbringen, Alter, ohne Scheiße Das wird mir neue Klingel tun Rabbits Ja, genau Ach, gibt ja noch ne Strecke, um Gottes Wille Naja, Maschum hat schon gewonnen Ah, weil ich aber der Beste bin Das ist jetzt wieder so ne mittlere Strecke, die als schwer gekennzeichnet wird Beruhig dich, wir fahren die erstmal Aber das ist mein Zuhause hier, Westland Und gecrashed Okay Was das fürn Müll, Alter, Fick dich, ey Fick dich in den Arsch, ey Was der hier wieder für, für Dienens macht, ne? Pader, bist du ne kleine Hure, weißt du das? Du hast auch geschafft, du Schlampe Nein, hab ich noch nicht Scheiße Scheiße Du, 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 du Feuer auf den Sack Dieses Gebiestige ist auf den Sack, Alter Boah, geht doch Ja, Mann Du, 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 du Boah, Alter, Fick dich, ey Fick dich, wie würdest du da hochkommen? Wie viel Sprung, wie viel Sprung man braucht? Hä? So viel Schwung kriege ich gar nicht zusammen? Ja, komm Ja, komm Hä? Really? Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst den perfekten Bunny Hop machen Und dann musst du perfekt an der zweiten Chance aufkommen Sodass du keinen, sodass du übelst wenig Schwung verlierst Alter Ja, was hast du für ein behinderter Müll hier eigentlich? Kann man solche Leute nicht von den Spülbahnen durch Strecken machen? Alter, der ist so laut Nee, das ist nicht mehr da bei mir Ja, ich hab's leider noch, weil es noch ein Checkpoint vor euch ist Ja, komm Du Scheißverfickter Einer der Wind, der drückt einen so runter hier, das ist das Problem Ja, warte, dass sich der Wind, dass sein Skill Der mich runterdrückt Ja Ja, geht doch Alter Warte, warte, warte Ja, ja Ja, aber ich hab dieses Pipi nicht mehr Nein Kann man auch da unten lang? Nein Alter Eure Motorräder machen mich körre Könnte nicht ein bisschen durchsichtig sein, ich weiß gar nicht mehr, wie meins ist Du, ich hab dieses Kackspiel nicht programmiert, weil dann hätte ich sie mich nicht programmiert Hätte ich es nicht programmiert, hätte ich es nicht programmiert Hätte ich es nicht programmiert Ich hab' du gesagt, dass es nicht besser wird. Ja, ja. Nein! Ach komm, ich bleib' mir stehen, mach' dir die Scheiße, ich guck' mir das mal an, ich find' das lustig. Ich raste dir gleich eine Runde, die aus, ey. Guck' dir aber die Topmodel. Ja, so'n scheiß Kugel, die. Scheiße! Mann! Ich weiß eigentlich, was ich machen muss, aber es kriegs' Gott nicht gebacken. Ja, komm! Ich glaube, das wird die 500er Bombe. Nein, nein, das wär' das nicht. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Hey! Scheiß, Leiche war da unten. Alter, hier ist doch so'n Piepding. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Alter, la-! Witz! Alter, das wird... Du wirst es wirklich perfekt machen hier. Tada. Bani hopp drauf, gescheiten und hoch und nochmal. Scheiße. Und nochmal. Und da oben noch. Nein, auch nicht. Und. Come on. Oh Mann, ey. Oh nein, da geht er so vor. Wieso geht er so vor? Oh, du bist so ein. Nein. Alter, das ist eine Wichsstelle. Ich kriege schon wieder Aggressionen vom Feinsten gerade hier, ey. Ja. Ich bin bei Pada. Ja, warte. Das wird nicht besser. Alter, willst du mich verarschen? Na, ich habe es leider nicht geschafft. Du, 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 du. Ja. Das ist auch nicht voll kaputt. Ey, wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Du, 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 du. Mann! Du bist so ein Mädchen, ey. Alter. Du, 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 du. Alter, da fehlt ja mega der Schwung. Oh Pada, bitte nicht. Fuck! Yes. Ey, du musst dann auch oben rüberkommen. Alter, wie locker du da hinkommst. Wieso schaffst du das? Also, ich habe schon mal wesentlich weniger Versuche als hier auf der Tacho, ne? Wie hast du das gemacht? War da easy der Sprung. Oh, shit, 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 shit. Wollt ihr mal ein Fact hören? Ja. Einen wirklich wahren Fact? Jemand, der drei Sprachen spricht, ist dreisprachig. Jemand, der zwei Sprachen spricht, ist natürlich zweisprachig. Und jemand, der eine Sprache spricht, ist... Ganz logisch, Franzose. Ganz logisch, Franzose. Ja, der einen unsettelt balancing. Komm JB ja gleich hin. Ich weiß, wo du wohnst. Willst du kein Dis, ich meine, dass ich das jetzt nicht schaffe? Und ich will das jetzt nicht schaffe. Und ich will das jetzt nicht schenken. Und ich will das nicht schenken. Damit er hinterher zu essen hat. Hinter und dritten fett. Ja sicher. Arne, was da los? Da war da easy der Sprung. Oh, das ist so dumm, das hab ich nach vorne gedrückt. Nein, ich hab's doch gerade geschafft, du Arsch! Hast trotzdem gewonnen, aber naja. Leben wir im Gleichstand? Nee! Ich hab bessere Zeit! Yes! Alter, nee! Ja! Du Urkind! Ja, Mann! Ich bin Platz 2, juhu! Yes! Vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Auch rein! Ihr seid die Besten! Vielen Dank! Macht's gut! Tschüss!